hallo und herzlich willkommen zum nächsten und zum letzten gameplay video zu es mod redox version 8 ich habe versprochen noch einmal des survival modus oder halt einen anderen modus noch einmal zu zeigen und das machen wir jetzt mal auf die schwelle wird kein großer part sein weil es sind auch halt keine riesen maps oder riesen keine riesen keine riesige geschichte so ich habe das auf zweimal ist was nehmen wir denn drei maps haben wir zur auswahl das ist ja ganz nett aus immer das hier vielleicht ein zwei runden wicherlust habe jetzt ein bisschen auf der stelle ich bin ein bisschen habe ein bisschen eilig zeit survive as long as you can what the fuck 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 ja er gibt mir mal waffen aber ich habe ja so war er geht einfach hey leute moment es ist wohl jetzt soll ich mir alle waffen also ich wusste dass er schwer ist aber aber ich war hängen bleibt ich ziehe nur scheiße alles anzug boah es ist ja hardcore hier moment da brauche ich was härteres schießt das ist laut und scheiße ohne extra waffen kommst du ja gar nicht voran ich brauche leben oh ja spawnerick von der nase die und right now baby go down nach der ist schon da na ja gut weiter wie schnell die denn wochen leben lecker 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 jetzt haben wir mal anruf ist sehr langweilig weiter weiter auch mal ja komm komm schon press fire to try again ok jetzt wissen wir bescheid dass wir auf jeden fall sofort die waffen brauchen sonst ist das unmöglich alter ja ja jetzt noch Das war ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb, also. bisschen die wände streichen aber das macht ja gar keinen schaden kann das sein warum ich denn überhaupt im nahkampf so fleisch ein bisschen lecken aber passt schon stirbt der schweine das haben wir keine sagen ich kann kein mann alter die wände sind wir neu gestrichen ja da bin ich wieder kurze störungen gab es aber ich hoffe die sind jetzt erstmal weg aber wir gehen mal auf das geld ausgeben ist klar ich kann mich nicht verwegen habe ich wohl hängen bleibt oh ja granate wo 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 vor allem wird auch keine zeit angegeben ah klar ja 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 Kommt mir die Gedärme Angeflogen Treffen Ein bisschen schneller als in der Zeit als die anderen What the fuck Hier trifft alles von der Decke Oh Na oben, na oben, na oben Okay, hier fühle ich mich relativ sicher Äh, hat erledigt Die können nicht leitern klettern, das ist ja sowas von unfair Ich würde sagen, ähm, das war schon Ja, sobald wir es halt sehr hart, wie ihr es schon gemerkt habt Und, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr es angeklickt habt Und, äh, lasst euch das runter, wenn ihr wollt Ist auf jeden Fall großer, großer Spaß hat man damit Und, äh, bam Und, äh, bis demnächst halt Bis zum nächsten Gameplay Video Bis dann 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 Bis dann